Jedes Elektroauto muss regelmäßig an eine Ladestation. Auch dieser auf Elektroantrieb umgebaute alte Volkswagen. Sein Besitzer, der Bäckermeister Roland Schüren, liefert täglich mit dem Oldtimer Brötchen aus. Und wenn der Wagen aufgeladen werden muss, fährt er in seinen eigenen Ladepark bei Hilton im Rheinland. Es ist der zweitgrößte Ladepark in Deutschland mit bald 120 Ladesäulen. Den Besuchern verborgen bleiben aber zwei wichtige Elemente. Eine Solaranlage auf dem Dach und zwei unscheinbare Container in einer Ecke des Ladeparks. Wir puffern damit den selbst erzeugten Strom, den die Sonne in unsere 450 Kilowatt Peak Solaranlagen packt. Und geben ihn dann an den Ladepark ab, wenn zum Beispiel Elektroautos mehr brauchen, als wir erzeugen. Wer einen Ladepark rentabel betreiben will, braucht Energiepuffer. Solche Batteriespeicher sind deshalb eine Schlüsseltechnologie für die Verkehrs- und Energiewende. Anbieter gibt es vor allem in Asien und den USA. Bekannt ist vor allem Tesla. Doch Marktführer in Deutschland ist ein Unternehmen aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Tesvolt. Die beiden Gründer sind alte Schulfreunde. Als wir Tesvolt gegründet hatten, hatten wir tatsächlich nur ein leeres Blatt Papier, ein Kuli und viel Mut und Kreativität. Der Simon ist gelernter, studierter Elektrotechniker mit Vertiefung und Batterietechnik. Ich bin studierter Informatiker. Und beides braucht man, um Batterien zu entwickeln. Aber als wir Tesvolt gegründet hatten, hatten wir noch nie vorher eine Batterie entwickelt. Aus dieser Idee ist nach wenigen Jahren ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern geworden. Im Werk in Wittenberg werden täglich Batteriezellen gebündelt montiert und zu kompletten Speichersystemen entwickelt. Hunderte von solchen Batteriezellen stecken in so einem Schrank. Also letztendlich sehen wir hier einen komplett fertig installierten Batterieschrank von Tesvolt. Dieser Batterieschrank hat 76 Kilowattstunden. Also wenn man mal ungefähr den Einfamilienhausverbrauch mal vergleicht, dann benötigt man so circa 10 bis 15 Kilowattstunden am Tag. Das würde bedeuten, ich könnte mit diesem Energieinhalt möglicherweise mich eine ganze Woche autark versorgen für einen Einfamilienhaushalt. Der Speicherbedarf von Unternehmen und vor allem Ladeparks ist aber wesentlich größer. In Modulbauweise kann Tesvolt kleine Speicher in Schränke oder sehr große in Container einbauen. Die fertigen Systeme werden in über 30 Länder weltweit versendet. Mit der Energie in den beiden Containern in Hilden könnte ein Einfamilienhaus bis zu einem halben Jahr mit Strom versorgt werden. Doch hunderte von Elektroautos saugen hier täglich Energie aus den Ladesäulen. Eine Belastung auch für das Stromnetz. Die Batteriespeicher sind ein Puffer. Also ich schätze mal, hier laden jetzt gerade 15 Elektrofahrzeuge zu dem Zeitpunkt, wo wir hier stehen. Und die Sonne ist schwach und sie geht langsam unter. Das heißt, eben als weniger da waren und mehr Sonne geschienen hat, da hatten wir mehr über, haben das die Speicher gebracht. Und jetzt, wo wir es nicht brauchen, fügen wir es wieder hinzu, sodass wir trotzdem zum Beispiel nicht mehr als ein MW aus dem Netz ziehen müssten, obwohl wir vielleicht sogar zwei bräuchten. Und das ist die Funktion der Speicher. Für die Fahrer der Elektroautos zahlt sich diese Technik aus. Denn neben teuren Schnellladesäulen kann an langsameren Ladesäulen zu sehr günstigen Preisen Energie gezogen werden. Der Strom kommt aber vor allem aus der Solaranlage auf dem Dach und den Batteriespeicher. Die Investitionskosten rentieren sich bereits nach vier bis fünf Jahren. Zehn Cent kostet mir die Energie, also die Kilowattstunde, die ich aus einem Speicher wieder herausbekommen kann. Und wenn man das zum Beispiel kombiniert mit reinen, erzeugten Strom aus einer Photovoltaikanlage, der bei einer größeren Photovoltaikanlage auch so im Bereich fünf, sechs Cent liegen kann, betrifft oder bedeutet das, dass ich für 15, 16 Cent in Summe eine vollkommen erneuerbare Energie mir völlig zeitlich unabhängig nutzen kann. Der selbst produzierte und gespeicherte Strom kostet also nur einen Bruchteil dessen, was an öffentlichen Ladesäulen verlangt wird. Auch deshalb wächst der Markt für Batteriespeicher derzeit weltweit dramatisch. Die Anbieter konkurrieren weniger um Aufträge als um qualifizierte Mitarbeiter.